Tja... Jetzt habe ich das zwar gemacht, aber... Die kann ich ja... eine glatte Arbeitsfläche... Nein... Nein... Hier kann ich aber auch nichts machen... Weil mir noch irgendwas fehlt... Hm... Erkundet die Höhle mit Hilfe der Laterne und suche nützliche Gegenstände... Welche Höhle... Ich weiß nicht, welche Höhle... Ist das hier eine Höhle oder so, die ich übersehen habe? Hier ist ein Zelt... Oh... Ja... Ja, ihr kennt mich ja, ne? Zeichnung... Meine Kameraden verschwinden einer nach dem anderen... Kehre um... Hier gibt es nichts zu finden... Oh, anscheinend auch... Eine Paneel... Paneelteile... Und... Rostentferner... Na, wie praktisch... Mit dem Rostentferner kommen wir zum Zelt... Und das einmal entrosten... Und dann muss ich es noch abwischen, okay... So, ein Angelhaken... Huch, ne, das wollte ich gar nicht... So... Ja, mir fehlt aber auch noch was... Paneelteile gehören die... Oh, Mist, wie der verklickt... Die gehören bestimmt auch dazu... Oder... Eben auch... Nichts... Paneelteile... Was ist denn das? Ha... Hm... Einer der Wanderer versuchte eine Warnung zu unterlassen... Aber ich bezweifle, dass... Je einer zurückkam... Vor allem bestimmt man ist... Ist die Elfe aber regelrecht besessen... Ob es sich bei ihm um... Ihre unsterbliche Liebe handelt... Was macht ihn so besonders? Ha... Gute Frage... Nö... Nö... Das funktioniert alles nicht... Warum steh ich mir alle so aufm Schlauch... Ah, warte mal... Hier hinten... ...nah, schade, dein Versuch was wert... Öffne die Tür von Wohnwagen mit Hilfe des Rostentferners... Habe ich das nicht schon gemacht? Das habe ich doch gerade gemacht. Oder? Ich habe den doch da einmal benutzt. Ach ja, aber nur an der falschen Stelle. Tür auf. Dann mal rein. Sehr verwachsen alles hier. Spiegeloberfläche. Sie ist trüb. Getrübt. Sieht aber wichtig aus. Wie kann ich den Spiegel aktivieren? Schacht. Der Wohnwagen hat keinen Strom. Dies wird von etwas anderem gesteuert. Glasröhre. Fest verschlossen. Vielleicht gibt es im Wohnwagen ja etwas, das sie öffnet. Kontrollpanel. Ah, das kommt da hin. Setze die Paneelteile richtig ein. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oh, da soll das doch nicht weggehen. Abdeckung öffnen. Da kommt das rein. Dann. Dann das nicht. Das kommt da hin. Okay. Hier kann ich bestimmt das. Ja. Sehr interessant. Schlüsselloch. Fest verschlossen. Da kommt da hin. Das da. Das da. Das dort. Der Crystal. Gucken wir mal hier nochmal. Na ja, hier kommt noch so ein Band. Ah. Ups. Das Pik-Teil. Okay, das muss Kreuz sein. Ach ne. Doch. Kreuz. Herz. Karo. Ne. Pik. Und Karo. Oh, da kommt der Kristall rein. Musst du jetzt den Sockel zurückbringen. Ach, da ist der Schlüssel. Und da versteckt sich der Sockel und dann den Kristall. So, zuge der Letzt. Fehlt hier noch die. Uhr. Da. Schön. Das hat mir gefallen. Hm, jetzt hab ich hier Strom aktiviert. Öffnen. Mein Stab. Eine Angelschnur. Spiegeloberfläche. Welch Freude. Ein Sterblicher ist auf mein Berg hinaufgewandert. Nur wenige Menschen haben meine geheimen Wege bis hier entdeckt. Aber er konnte sie sehen. Er konnte mich sehen. Er gehörte einem Geheimbund an, der die Feenwelt erkundet und Menschen vor bösen Kreaturen beschützt. Er wollte schon bald wieder aufbrechen. Doch das konnte ich nicht zulassen. Ich bat ihn für immer mit mir in diesen Bergen zu bleiben. Aber er sagte, dass... Es spielt keine Rolle, was er sagte. Er wird diesen Ort lieben lernen mit mir zusammen. Die Pixie fiel in Liebe mit dem Immortale, weil er sie sehen konnte. Sie muss sein Herz als ihre unkriegenden Liebe haben. Ah, eine Herzhäfte hatten wir schon mal. So, ich glaube, ich habe jetzt Sachen... ...die Angel zu reparieren. So. 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 Zwei das. Drei das. Und wieder das. Jetzt kann ich nämlich mit der Angel... ...auch hier den Beutel holen bestimmt. Sehr schön. Und noch einen Zaubersamen gefunden. Wo ich aber noch nicht weiß, wo ich den einsetzen kann. Gucken wir mal. Vielleicht hier oben irgendwo. Und eher nicht. Hebe mit der Schaufel beim Wasserfall ein zweites Loch für den Keimling aus. Setze den Keimling in das Loch ein. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, jetzt kommen wir hoch. Ich ziehe den Zauber auf die Elfe. Äh. Ach so. Okay, da kann ich nicht längs. Okay. So, 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 so und so. Geschafft. Verzweifelt die Fee. Finde alle Perlen der Elfe. Ein Wimmelbild. Pils berühren. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, da. Grau. Pink. Gelb. Blau. Grün. Jo. Einmal zur Seite, bitte. Schnecke, einmal weg. Vielen Dank. Hier ist eine. Einmal kurz ein Test. Okay, hier gibt es keine Strafe, wenn man die ganze Zeit drückt. Ah, da ist noch eine. Jetzt fehlt mir nur noch eine. Da. Nee. Ah, hinter dem Schmetterling. Das könnte nützlich sein. Elfenperlen. Wenn hier. Herz und Röst. Dieser Mann war Ewigkeiten eingesperrt. Wo ist sein Herz? Okay, jetzt habe ich Elfenperlen. Die kommen jetzt hier oben rein. So. Damit ist der Bann gelöst. Und die zweite Herzhälfte. Das können wir hier befreien. Aber nicht indem wir ins Zeltlager hochgehen. Sondern hier hoch. Und geben ihm sein Herz hier. At last, my spirit is free.